Das Deutschordenshaus in Wien befindet sich an der Singerstraße 7 in der Nähe des Stephansdoms und ist heute Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. Es erhielt seine heutige Form 1667 und bildet mit der zwischen 1326 und 1375 im gotischen Stil errichteten Deutschordenskirche St. Elisabeth eine Gebäudeeinheit. Geschichte der Liegenschaft Um 1222 siedelte sich an seiner heutigen Stelle der Deutsche Ritterorden an. Die Hochmeister des Ordens waren jahrhundertelang Erzherzöge Österreichs. Wolfgang Amadeus Mozart, damals 25 Jahre alt, bewohnte mit dem Gefolge des Salzburger Fürsterzbischofs Graf Kolorido ab 18. März 1781 dk Sekundenhaus und wurde bereits ein paar Wochen später. Am 2. Mai vom Fürsterzbischöflichen Oberstküchenmeister Karl Graf Akko mit dem legendären Fußtritt unsanft wieder hinausgebeten. Von 1863 bis 1865 wohnte Johannes Brahms im obersten Stockwerk des Hauses. Seit 1809 ist das Deutschordenshaus der Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens und enthält die öffentlich zugängliche Schatzkammer des Deutschen Ordens, wo unter anderem die Insignien des Ordens gezeigt werden. Im Deutschordenshaus befindet sich auch ein Gästehaus.